Es rums gleich! Im Kisteil! Und es rums der Gewaltig! Aber es könnte ihm ein bisschen Glück noch was geben, he? Raus bloß! Bescheint ist nimmer! Regret herum! Die Tunnelgräber! Ausgetudelt! Wir haben lange niemanden mehr gesehen. Vielleicht haben auch die Monster-Tarnanzüge. Parnanzüge? Die brauchen Granaten! Die Schecke! Keine Medizin mehr! Wie traurig! Oh oh! Oh! War das schon alles? Und? Glaube ich nicht! Was ist denn? Ich bin nicht weg! Ich bin nicht weg! Ich bin nicht weg! Ich bin nicht weg! Und das war halt wohl! Und ist jetzt! Hey, du Schlinge! Schluss mit Schleichen! Jetzt wird gekämpft! Er tobt sich aus da draußen! Du Schlinge! Du schaffst das meine Dunnelgräber! Tomalis? Et die Böhm, Jonas? Kontenot? Oh, oh. Oh, oh. Wo sind denn? Hey, du geile Gräber. Ich renne hinten rum. Ja, ich renne den Räber. Ich renne den Todeskrolle, durch die Aufwechslung. Ich bleibe die Luther. Ich habe noch nie mit dem Räber. Klippe! Klippe dich! Na voll! In den siebten Himmel bloßen! Versucht da bitte was euch, oder was? Right away! Ein in der Wien! Warte mal! MRE, wo bringt das? Wen Punkte? Schauen wir! Eddie, wie schaut das aus? Scheiße, nur eine Schü! Eine gemeine Todeskrolle! Warte! Hör dir mit! Als süchtiger Brall das! Das war's! Und da kriegen wir auch, jawohl! Raketen! Da warte, da hinten! Schaut das aus, oder? Schöne war's hier! Bandebomb! Ich weiß auch, Eddie! Gleicher Plan! Du legst die Sau ab! Wie du schießt ihn? Ein Buttermesser! Warte ich nicht, was ich dabei habe! Wobei, da drin? Ich meine, ich komme da nicht rein, oder? Hätte ich gesagt! Also, ihr bescheißt mich! Und? Wollt die Kralle? Dort rum, oder was? Werden wir beobachtet? Na gut, wenn er gibt, dann gibt's ihn aus! Ohne wenn und aber! Ohne wenn und aber! Wollt die Kralle, gell! Das brauchst du schon! Ab und zu musst du ein Brot machen! Zeit zum Kämpfen! Zeit zum Kämpfen! Viel Zeit zum Kämpfen! Eddie! Eddie! Zu Zeit! Ich habe keine! Wer möchten muss! Einstellung der Feindseligkeiten abgeschlossen! Eddie! Beide bei Fuß wären ob! Wobei du wohnst! Und? Wenn siehst du! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Du musst mal in den Tunnel kriegen, oder? Wird wahrscheinlich. Hey, geh mal wieder! Geh mal an, geh! Ne feige! So, das war ich jetzt. Was war das jetzt? Eine Mine? Kann man nicht verziehen. Aber, angeschlagen. Wobei, eine Mine empfiffen, geh. Aha! Eine volle! Lädlich, darf ich bitten? Darf ich nicht bitten? Wunder mich keiner. das ist auch nicht diese Säcke na die gemeint geh du auf so meine ganzen Drogenlosen okay der hier sieht ganz schön zäh aus war das schon alles die Diablan gut wir sind gleich die Knochensäge die Knochensäge Zeit zum Kämpfen Granaten für den guten Mann er braucht dich Alter, da fliegt er der dumme Hami du, wie reißt du bloß um du Haxen weg eine extra Martierung fertige Entdeckung man schießt ja scharf und schärfer Gewicht 20 die vertrag ich nicht die Kohle der Legion her damit Menschenfleisch Riesi ja meiner Not Riesi össi bei der Raketen ob sie denn Raketenwürfer das ist Jizumi Herr Pellerkumpel bleiben on da werde mich drum pirschen wenn möglich du bist für alle Zeiten mein bester Freund eine Snapper das war's 3.08 Homma passt und wo es ist ich saue da rum oder was hey Eddie du willst du noch ein Maschinengewehr für die Schultermontage da Dominik das schütte Bräulek einig Nore Willst du mal in die Todeskrolle? Willst du mal in die Todeskrolle? Jetzt wird es hart, ein Schlafsack mit 5.000. Oh ja, da bin ich überlastet. Ich bin ein Dammischer. Mit ein bisschen Filmspitzengefühl. Haut es hin. Oh scheiße, noch mehr überladen. Halt es hin. Halt es hin. Dann greife ich den Schnaps. Lade den Chip, den habe ich noch. Halt es hin. Ein Weilmusier. Halt es. Großhornsteig. Immer konnte ich braten. Brot durch. Ein Wildwasser. Weiter. Wo spriten du? Dann geht der nur weiter. Halt es hin. Heftig. Die Null ist größer. Aber da hätten wir so einen Brennkopf. Der muss weg. Eddie, lad den Glumpen in Deckung. Es rümpelt wieder im Karton. Es rümpelt wieder im Karton. Das ist eine Höhle. Tatsächlich. Wo gibt es Euren? Metallgüste. Team Pack. Jawohl. Der hat eine Maske. Brauchst du? Zahlenresistent. Plus 5. Gewicht 2. Reinig. Schau. 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 Hast du noch mehr? Nicht, gell. Muss langer. Aber endlich mal, wenn gut ist, gell. Hätte du brauchen kannst. Und noch mehr Raketen. Ja. Deskopf. Hätte du czegoś. Schau. Ach plus Dana. Wiefacta ist das? Dann hat der Turbomäßig es auch gepickt. Den Deppen. Lunchbox. Hauptsache, das ist ein Schnaps, Nicky. Ich habe mich schon jetzt weggesoffen, diese Säcke. Die Brandgranate, jawohl. Ein Rosti. Das lebt mir nicht mehr rum. Aber die Bäume da drin, die haben was. Das ist ein Hütchen von der Bolten. Beanpacks. Albums, langsam sind wir im Geschäft wieder. Raketen. Ich glaube, die Rumser waren, die Raketen wollten. Nogelbistolen. Das ist ein Hütchen. Ich überlasse mich, dass ich nicht so heiße. Wildwasser. Ja, ich frieße mal. Schau, was ist weg? Welter, du willst schon leichter. Und einen Sniper. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Wahrscheinlich verkauf ich es gerade. Eddie, wie schaut denn aus? Kommst du? Wir müssen da rum. Oh, scheiße. Wo steht noch? Die erste Silo-Kontrollstation. Oder die, was noch übrig ist. Höchste nicht mehr. Die Konsole aktivieren. Ach so, die lebt noch. Wahrscheinlich weiß ich. Der Industriehelfer, wo sie ihn ist. Wupperschön. Wo treten wir? Und ihr wart, wie du überlastet, wie meistens. Warte mal, wo war denn der Plan? Die Konsole aktivieren. Also die Siedel ist sofort, kann ich runtergehen. Die Konsole aktivieren. 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 Du bist okay, verstehst Du mich. Das wird eine lange Reise mein kleiner Freund. Du musst sehr weit, und sehr schnell fliegen. Schaffst Du das? Ich weiß, dass Du es kannst. Sei da draußen vorsichtig, Eddie. Okay, vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Mit Überleben schaffe ich nicht. Deine Punkte für immer. Ein atomarisches Katastrophengebiet. Oh Gott, und da möchte ich hin. Können wir plaudern? Nein. Reparieren. Sehr gut. Meine Waffen reparieren. Kannst du das? Ich bin nicht auf, wo sie sich gehen. Munition erstellen. Rucksackbomben. Und die Reparatur, die kostet wahrscheinlich was, oder? Auch so geht es umsonst. Respekt. Glaub ich mir. Und ihr möchtet jetzt da rein? Oh Gott. Das ist nicht so toll. Aber das kommt. Okay. Es steht hier drin.